Mein Name ist Olaf Irrkäuser vom NURMANN Verlag in Hamburg. Wir machen Bücher zu Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und wir konzentrieren uns im Augenblick sehr auf das E-Book, weil wir da uns einen sehr zukunftsfähigen Markt erhoffen und auch schon erste große Erfahrungen gemacht haben. Wir hatten im Juli eine große Aktion mit einem E-Book in sieben Sprachen. Wir sind der erste Verlag, der Bücher auf diese Weise mit E-Books Hilfe exportieren kann. Und wir hatten große Marketing-Partner, das waren in diesem Fall Amazon und Co-Books. Und wir haben die E-Books Verkaufszahlen um 500% ungefähr gesteigert.